Immer wieder lese ich auf TikTok Kommentare und die sind teilweise unverschämt, teilweise lieblos, teilweise unbiblich. Und vor allen Dingen der letzte Aspekt stört mich, weil das andere ist Zeugnis über deren Leben, das ist mir relativ egal. Doch wenn ich sowas lese und dann davon ausgehe, dass die Person anderen irgendwas sagt oder glaubt sagen zu können oder was auch immer, kann ich daraufhin nur sagen, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Sie sind blind. Zu sagen, Jesus Christus ist der einzigst wahre Gott und dann die Worte von Jesus daneben zu legen und zu merken, diese Person spricht Christus entgegengesetzt, ist doch nur noch erschreckend, aber es passt zum Abfall in der letzten Zeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Lieblosigkeit, denn auch das ist vorausgesagt für die letzte Zeit. Aber was weiß ich schon, denn dann kommen wieder Leute und sagen, ey, ich kann gar nicht an Jesus glauben, weil ich in die Trinität glaube. Also ohne Trinität kann ich nicht an Jesus glauben. Und dann denke ich mir so, okay, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt denn Jesus dazu? Und genau darauf wollen wir gucken, was Jesus geschrieben hat bzw. gesagt hat. Und zwar sagt er unter anderem, Johannes 14, Vers 1, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ohne viel Interpretation wird da jedes Kind rauslesen, ah, okay, ich soll an Gott glauben und an Jesus. Da ist nichts von Trinität. Aber da sieht man, dass es ein falsches Evangelium wird. Ein Evangelium, das sagt, du musst dran glauben, dass Gott dreieinig ist. Du musst dran glauben, dass Jesus der dreieinige Gott ist oder ein Hypostase des dreieinigen Gottes ist oder was auch immer. Dabei ist das wahre Evangelium ein bisschen anders und zwar schlässlich in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott, Person 1, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Person 2, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir sehen also hier das wahre Evangelium und sehen hier das falsche Evangelium. Aber man muss sich überlegen, hatten denn die Apostel oder die Jünger, auch die Schreiber der Evangelien, das Ziel, Jesus als Gott, der Sohn zu verkündigen? Auch da schauen wir kurz in die Heilige Schrift rein und lesen in Johannes 20, Vers 31, warum das Johannesevangelium geschrieben wurde. Diese aber sind geschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der Christus sei, der Sohn Gottes und damit ihr, wenn ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Also das alles ist geschrieben, damit ich glaube, dass Jesus der Christus ist, das glaube ich und dass er der Sohn Gottes ist. Auch das glaube ich, also ist doch alles Tutti. Aber natürlich ist man weiterhin überzeugt, mit dem Glauben absprechen zu dürfen und das ist auch in Ordnung, dürft ihr gern weitermachen. Gott wird das richten, das ist nicht meine Baustelle. Doch wenn ich dann sowas lese, dass man das Recht hat, mir das Christsein abzusprechen und ich schaue auf einen Paulus, wo wahrscheinlich alle sagen würden, der ist Christ, gucken wir mal, was er gemacht hat nach seiner Bekehrung. Apostelgeschichte 9, Vers 20, sogleich prägt er in Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Der ging nicht raus, Gott ist Mensch geworden, Gott ist Mensch geworden, es ist Gott der Sohn, es ist Gott der Sohn. Nein, er hat Jesus selbst gesehen und was tat er? Er verkündigte ihn als Sohn Gottes. Und so sehen wir anhand von solchen Kommentaren, die Heilige Schrift hat überhand, doch der Satan wütet. Da dürfen wir doch einfach nur beten, geduldig sein und vor allen Dingen auf die Schrift verweisen. Gottes Segen euch!